Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich hab mal ein bisschen Bomben hochgestackt und ich mir ist auf dem Weg auch, also ich hab mich erstmal umgeguckt, um jetzt so anzufangen. Ich hab mich umgeguckt, wo denn das noch sein könnte und dabei ist mir etwas eingefallen, wo ihr euch wahrscheinlich schon wieder an den Kopf greifen werdet. Aber tatsächlich, äh, wenn man mal da hochguckt, ach kann man hier jetzt gar nicht, Moment, gleich, da sieht man natürlich zwei kaputte Wände. Ähm, ja. Wahrscheinlich wird das letzte hier sein. Ich mach jetzt einfach mal die kaputt. Ach, der hatte das. Okay, ist ja nice. Okay. Nice. Passt, damit haben wir sie alle fünf. Jetzt würde ich sagen, speichere ich kurz und gucke, ob da auch nur so ein Idiot rauskommt, der halt nichts kann. Wenn ja, spare ich mir die Bombe. Hat der noch irgendwas? Ne, okay, dann spare ich mir die Bombe. Äh, zack. Ja. Gut. Wir haben jedenfalls alle fünf Blätter und können damit storytechnisch endlich voranschreiten. Das ist die falsche Seite, aber wir können runterspringen. Oh, nice. Die Hartz gibt sogar auch noch aufs Haus. Schön. Okay. Äh. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt... Nein, 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 nein. Oh, weg. Wir müssen jetzt... Ähm. Ähm. Hier links. Nerven wir nicht. I don't care. I don't care for the Haustür. So. Wir sollen jetzt auch noch eine Schaufel finden. Da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt gewünscht ist. Keine Ahnung. Aber wir gucken einfach mal nach. So. Und schauen wir mal, was der Richard jetzt zu sagen hat. Da falle ich nicht mehr drauf rein. Zumindest heute nicht, hoffe ich. Hi du. Ha. Ah, sehr gut. Er hat alle Blätter finden können. Schiebe er diese Statue hinter mir zur Seite und er findet, was er gesucht hat. Wenn dein Frosch mich lässt, ja. Eine Treppe. Oh, nice. Mit dem kann ich nichts anstellen. Okay. Finde ich hier oben noch was, was ich gesucht habe. Ne? Du untersuchst das Regal. Das ist ja ein tolles Regal. Hahaha. Schön. Äh. Jo, dann gehe ich mal da rein. Na, bis hierhin tut es mir noch nicht weh. Ah. Und wir erhalten... Eine Muschel. What? Von allen Items, die ich mir vorstellen kann, hilft mir die am allerwenigsten. Ups. Das war jetzt erst gesprungen aus Reflex, aber dann doch nicht mehr. So, du bist doch wieder einer von denen. War ja klar. Hallo. Heb hoch. Heb hoch und bring die einfach um, Junge. Du musst dich da nicht für schämen. Du darfst die ruhig töten. Die sind kacke. Die sind hässlich. Die können nichts. Okay. Wo kommen wir denn raus? Ach, hier. Oh, nö. Warum? Warum, Richard? Warum, Richard? Warum? 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 Ach, scheiße. Okay. Ich muss gerade gleich mal gucken, ob die Aufnahme noch funktioniert. Sie macht nicht den Eindruck, als ob sie das möchte. Wait, what? Okay. Fuck. So knapp. Hä? Ich komme doch da durch. Ich habe gedrückt. Spring, du Trottel. Ha. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Ich weiß nicht, dass das geht. Bam. So. Du hast verloren. Ich habe mein Leben wieder. Bam. Loser. Bist du dumm und hässlich? Bitteschön. Die Frage ist, was bringt es mir? Wait, ich komme zu dem Viech hin, ne? Bringt mir das? Hast du was für mich? Mutter der Erde, Geheimnisse hat am Fuße meiner selbst. Deswegen die Schaufel. Deswegen die Schaufel. Nice. Der Schlüssel. Oh, nice. Okay. Das ist ja schön. Also war das unser Ziel? That's it. Darf ich euch den ganzen Scheiß hier gemacht? Yo, Dude. Leckt mich am Arsch. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Also hier hat er schon wieder zumindest teilweise die Dinger hingesetzt. Ja, okay. Dann werden wir hier mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nichts finden, was uns noch weiter interessiert. Oh, das war knapp. Alles knapp. So. Einmal drüber und dann können wir hier direkt in den Dungeon rein. Ziel erreicht. Gut. Na, was mache ich jetzt? Ich werde wahrscheinlich jetzt die Aufnahme pausieren und gucken, ob da wirklich alles gut ist. Übrigens habe ich denn dann dein Schloss geradet. Du kannst jetzt einfach wieder in dein Schloss gehen, Trottel, ne? Wie smooth diese Runterfall-Animation jetzt war. Das war schon cool. Hast du noch irgendwas zu sagen? Du kannst zurück in dein Schloss, mein Freund, ne? Ha. Ich werde dir immer zu Dank verpflichtet sein. Okay. Nicht das, was ich gebraucht hätte, aber okay. Wenn du meinst, dann danke mir auf ewig. Wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal in diesen Dungeon einbrechen und den noch schaffen. Dann habe ich, glaube ich, das geschafft, was ich für diese Folge habe. Mal schaffen wollte. Ich bin sehr gespannt, was hier unsere Belohnung sein wird. Falls ich die, also nicht, falls ich die Folge gefallen hat. Aber ich werde jetzt erstmal gucken, weil das ist mir nicht geheuer eigentlich, ne? Hm. Ah, komm, das wird schon passen. Wenn nicht, habe ich halt mal eine Folge, ohne wo man was sehen kann. Jawohl. Ach, das Ding haut jetzt gar nicht ab. Ja, das ist ja super. Dann muss ich jetzt auch... Oh. Äh. Ist ja auch ein Scheiß-System, ey. Ich falle nicht drauf rein. Nö. Okay, das ist zu gruselig. Hier stimmt irgendwas nicht. Der hat Fehler bei der Aufnahme. Das gibt es doch gar nicht. Ich stelle mich jetzt vor den Dungeon. Bevor ich in den Dungeon reingehe, werde ich mal gucken, was da los ist. Also, ähm, ja. Ah, ja, genau. Unnötiger Treffer. Sehr unnötiger Treffer. Egal. Toll. Super. Also, okay. Bis gleich. Okay, es hat alles soweit gepasst. Also, ja. Hm. Naja. Aber wie gesagt, da waren rote Fehler. Also, rote Schrift war da in meinem Aufnahmefenster. Ist ja ein Konsolenfenster. Und rote Schrift heißt Fehler. Also, es hätte trotzdem gepasst. Ich hätte nicht pausieren müssen. Naja, jetzt nehme ich halt noch vier Minuten auf. Die Teufelswille. Das klingt sehr böse. Die nehme ich mit. Oh, nice. Bomben. Nice. Ganz viele Bomben. Und mit nice meine ich, das wird wahrscheinlich voll der Scheiß. Gucken wir mal weiter. Was haben wir denn? Ach, du Kacke. Okay. Gut. Ich habe nur ein Herz verloren. Das ist doch eine super Quote. Da fällt mir ein. Scheiße, ey. Ich wollte dieses Balsam nochmal kaufen. Wir sind noch am Eingang des Dungeons. Wir machen das nochmal schnell. Würde ich sagen. Weil man kann hier verdammt schnell, verdammt viel Leben verlieren. Und deswegen, äh, wenn ich jetzt nur wieder wüsste, wo die war, ne? Diese Tussi. Ich meine, Tussor. Da können wir übrigens auch lang. Hexenhäuschen. Da. Trant Rudi. Komm ich von Borg, von, 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 von unserem Freund Boris komme ich da am besten hin. So. Ab geht's. Boris freut sich bestimmt darüber, dass wir ihn mal wieder nicht besuchen. Unser Ziel ist Trant Rudi. Und nur Trant Rudi. Weil sie ein schönes Geheimnis für uns hat. Mit dem wir uns gleich wieder heilen können. Das ist doch viel besser, als jetzt hier, ne? Tschüssi. Hi. Oh, scheiße. Das wird jedes Mal teurer. Als ob. Als ob das teurer wird. Nein. Ja, bei dem Kronenpreis hatte ich das schon befürchtet. Ach, als. Ähm. Hier kann man sich auch hin teleportieren. Aber ich weiß nicht, wie. Man sieht's da raus rauchen, ne? So sieht man's ganz gut. Also, hm. Was ich jetzt auch noch erreichen will. Ich möchte gerne wissen, was da unten ist. Wo ich das gerade so zufällig sehe. Wir können da unten ja nicht noch weiter. Ja, aber. Ich weiß ja nix. Was ist das da hier? Äh, ja. Graben mit einer Flasche hat schon immer funktioniert. Okay, meine Hoffnung, dass da irgendwas ausgegraben werden kann, hat sich nicht erfüllt. Ich würde ihn gerne weiterschieben. Aber kann ich nicht. Okay. Vielleicht sollte ich das akzeptieren, die einfach leben lassen. Stattdessen gehen wir mal hier rein. Uff. Kann ich. Oh, Herzteil. Aber wie? Ähm. Vielleicht kriegt man den irgendwie kaputt. Ja, kriegt man. Aber ich komme ja nicht ans Herzteil dran. Das hilft mir ja hier soweit nichts, ne? Und ja, hier. Das hilft mir auch nix. Ne, keine Ahnung. Anders komme ich wahrscheinlich erst später. Äh. Ach so. Nicht, wo ich hin möchte. Ich meine, es sollte ziemlich eindeutig sein. Es wird mir nicht gelingen. Hier so weit zu springen. Wenn man testen, äh, wollte. Ah ja, dich juckt das einfach gar nicht. Ja, natürlich juckt dich das nicht. Oder? Ich versuche das jetzt. Aber ich glaube da nicht dran, dass ich einfach das Herzteil hier abholen kann. Nee. Nee. Keine Chance. Als ob das geht. Niemals. Oh. Oh. Ah. Was? Oh. Da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass man an dieses Herzteil tatsächlich jetzt schon rankommt. Uff. Uff. Geht gerade so. Geht tatsächlich gerade so. Nice. Als ob diese Treppe einfach 3D ist und man da nicht laufen kann. Das ist ja geil. Zombies. Eieiei. Die sehen ja echt gruselig aus. Möchte ich mal an. Da die E unendlich spawnen, gehe ich einfach. Nice. Das Herzteil gefällt mir. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass das jetzt so schnell gehen würde. Hier hinten sind einige Bombenstellen. Dann das hier auch schon erreichen können. Bin ich denn gerade? Da oben, ne? Wir haben ja 6 Minuten um. Das soll's dann sein erstmal. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda. Links Awakening. Bis dahin. Servus. Wir sehen uns vorhin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.